Hallo und herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen heute den Online-Broker XTB vor. XTB ist ein Online-Broker für den Handel mit Devisen, binären Optionen, Indizes, Rohstoffen und auch Aktien-CFDs. Wir zeigen Ihnen heute mal, wie einfach und schnell Sie ein Konto bei XTB eröffnen können. Dazu starten wir hier auf der Seite von deutschfxbroker.de. Hier finden Sie bereits umfangreiche Informationen zu XTB. Und Sie können auch hier ganz einfach mit einem Klick auf diesen orangenen Button auf die Seite von XTB gelangen. Ja, hier auf der Seite von XTB haben Sie dann sofort die Möglichkeit, sich für ein Konto zu registrieren. Sie können hier oben erstmal entscheiden, ob Sie sich für ein Live-Konto registrieren möchten oder für ein Demo-Konto. Sie können natürlich das Demo-Konto nutzen als Service von XTB, um hier erstmal Ihre Strategien auszuprobieren und die Plattform von XTB kennenzulernen. Dazu haben Sie bei XTB verschiedene Möglichkeiten. Sie können als Handelsplattform verschiedene Plattformen nutzen. Die listet Ihnen XTB auch hier aus. Sie können da die X-Station nutzen von XTB oder aber auch den Meta-Trader 4. Außerdem haben Sie sogar die Möglichkeit, hier mit Zulu-Trade, einem Social-Trading-Anbieter, Trading-Strategien von anderen Händlern zu kopieren und sozusagen am Erfolg von anderen Tradern sich beteiligen. Ja, wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie hier schnell und einfach bei XTB ein Demo-Konto eröffnen können. Dazu müssen Sie einfach nur hier in dieses Feld Ihre persönlichen Daten eingeben. Vorname, Nachname, E-Mail, eine Telefonnummer, Ihren aktuellen Wohnsitz. Dann müssen Sie angeben, auf welcher Handelsplattform Sie handeln möchten. Dazu können Sie auswählen hier unter diesem Dropdown-Menü aus X-Station oder Meta-Trader 4. Und dann können Sie unten auf den Button Senden klicken, nachdem Sie die Datenschutzerklärung bestätigt haben. Und dann wird Ihr Konto auch schon eröffnet. Sie erhalten dann nämlich sofort die Bestätigung, Ihr Konto wurde eröffnet und Sie haben an Ihre E-Mail-Adresse Ihre Login-Daten zugesandt bekommen. Diese können Sie sich jetzt einmal kurz anschauen und dann können Sie sich auch gleich schon bei XTB auf der Plattform einloggen. Anschließend gelangen Sie dann direkt auf den Login-Screen von der X-Station, der Trading-Plattform von XTB. Und hier können Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort kurzsahnd eingeben. Und mit einem Klick auf Login loggen Sie sich dann in die Plattform ein. Ja und so sieht die Trading-Station von XTB aus. Hier finden Sie die webbasierte Handelsplattform von XTB. Und da können Sie gleich links hier mal die Übersicht sehen aus den verschiedenen Basiswerten, die Sie auswählen können. Hier können Sie natürlich verschiedene Währungspaare auswählen. Sie sehen auch immer hier die dynamische Kursentwicklung. Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit aus verschiedenen Commodities wie Gold, Kupfer oder auch Öl auszuwählen. Und hier finden Sie auch einige Indizes bzw. Aktien, auf die Sie CFDs hier traden können. Und jeweils rechts davon dargestellt in einem übersichtlichen Chartbild. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal das beliebte Währungspaar Euro, US-Dollar auswählen. Und dann sehen wir gleich hier rechts den zugehörigen Chart zu Euro, US-Dollar. Sie haben hier natürlich die Möglichkeit ganz viele verschiedene Einstellungen noch vorzunehmen an dem Chart. Sie können hier verschiedene Indikatoren noch mit einzeichnen lassen. Zum Beispiel Fibonacci-Folgen etc. Um den Chart noch übersichtlicher zu machen und weitere Signale zu analysieren. Sie haben hier also alle Möglichkeiten hier verschiedene Trends zu analysieren und zu erkennen. Und dann eben einen Trade zu setzen. Sie haben dann die Möglichkeit hier links bei dem Basiswert eine Sell- oder Buy-Order zu platzieren. Also einfach eine Call- oder Put-Option. Wir zeigen Ihnen jetzt mal kurz wie das funktioniert. Sie haben außerdem hier noch die Möglichkeit einen Stop-Loss bzw. Take-Profit einzusetzen. Um einen Trade auszuführen können Sie einfach hier auf Buy klicken. Und dann öffnet sich sofort hier unten die Bestätigung. Und hier unten in Ihrem Order-Feld sehen Sie, dass Sie als offene Position jetzt hier den Euro-US-Dollar halten. Sie können dann auch jederzeit hier sehen, wie die Position liegt. Sie sehen hier jederzeit den Gewinn der Position. Und haben dann die Möglichkeit auch hier die Position zu schließen, falls diese im Gewinnbereich liegen sollte. Ja, ich hoffe Sie haben gesehen, wie einfach und schnell Sie sich tatsächlich bei XTB anmelden können und dort ein Konto eröffnen können. Die Handelsplattform XStation von XTB ist wirklich sehr übersichtlich und trotzdem umfangreich gestaltet. Hier haben sowohl Einsteiger als auch erfahrene Trader alle Möglichkeiten erfolgreich zu handeln. Und wenn Sie jetzt gleich ein Konto bei XTB eröffnen möchten, dann klicken Sie doch einfach auf den folgenden Link. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Erfolg beim Traden.